Ja, was sind denn meine... Brigitte! Mäuschen! Brigitte! Ja, Jürgen! Ja, nix, ja! Ja! Was sind meine Gartenschuhe, Mensch? Ja, im Garten. Ja, da stehen sie super. Ja. Wird durchstehen mit ihr in den Garten? Ja, mit dem Garten hingehen. Ja, ich muss doch erstmal mit ihr in den Garten gehen. Ja, Mensch, wir müssen sie holen. Ja. So, ich geh jetzt reißen, ein bisschen Unkraut züpfen. Ja, nur mach. Ja, verfliegst du mal ein einziger, wie sieht denn das denn hier aus? Das ist ja wie im Oberwald. Das ist doch bestimmt fünf Zentimeter schon hier. Ja, 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 ja. Ja, ich will mal Deutsch lernen. Nee, geh zu. Ja, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht.